Ein Baby oder ein Kind kann ich verstehen, aber ein Jungen oder ein Mädchen mit 14, 15, 18, 20 oder ein Erwachsener mit 25, 26, 40 oder 50? Mag sein, dass er Auto fahren kann, sprechen, schreiben und sein alltägliches Leben bewältigen, haben noch viele, viele absolut keine Ahnung. Nur das, was sie in der Schule gelernt haben, was sie in der Zeitung gelesen haben und was sie im Fernsehen sehen, das ist sehr, sehr traurig, sehr traurig. Naja, es ist schon ein bisschen mehr als ein Elefant oder ein Esel, doch es ist noch schlimmer. Die meisten Menschen wollen nicht mehr wissen, über die Welt, über die Welt, über die Welt, über die Welt. Aber doch das ist ihr Leben. Begreifen Sie das nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017